Wo kommt der denn her? Ähm, diese Stücke zu zerstören wird dabei helfen, jene Träume zu beschützen, die dieser Gegend von Nutzen sind. Aha, die Marodeure zum Beispiel, die wir nicht brauchen. Wow, wo kommen die denn alle auf einmal her? Scheiße. Ihr ganz großes Tennis, wo kommen die denn auf einmal alle her? Geh mal hier lang. Tante rufen. Den, da kannst du anrufen, angreifen. Also ich brauche vier Kritiker. Neun Pantomimen. Von den Straßenkünstlern brauchen... Also von den Graffiti-Viechern brauchen wir euch. Alter, wir brauchen hier sehr viele wieder. So, weg mit dir. Trotzdem, warum wir hier die... ...gelben brauchen, habe ich noch nicht verstanden. Guck dir das an, wie viele Invasionsviecher hier schon wieder sind. Naja, den Kritiker da kannst du auch gleich mit angreifen. Eisskulpturen brauchen wir wieder nicht. Gut, auf den Re Elsaen... ...dach 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 Okay, immer Einzelne angreifen, ist immer gut. Wobei ich von diesen Straßenmalern gar nicht so viele sehe. Jetzt ergreif mal den da an. Das Glück habe kommt erstmal kein anderer dazu. Sehr schön. Dann kannst du den da... Äh, das war blöd. Das macht aber nichts. Die gehen hier relativ schnell down. Also können wir uns das leisten. So, da kommt noch ein Kritiker vorbeigestiefelt. Den nehmen wir auch mit. Leerblitzen. Ich hätte es ja auch cool gefunden, wenn so Kritiker mit, was weiß ich, vernichtende Kritik, böse Kritik, demütigende Kritik und so angreifen. Das hätte ich lustig gefunden. So, damit haben wir schon mal die Kritiker fertig. Wir brauchen auch nur noch drei Pantomimen. Aber es geht relativ fix. So, die Kritiker, welche den Bezirk der Xolxes terrorisierten, wurden zum Schweigen gebracht. Okay. Okay. Okay, Angriff. Und hier müssen wir hin, meine Hübsche. Asha hatte einen sehr interessanten und ereignisreichen Traum. Okay, damit ist auch das durch. Acht? Den hier nur. Hoffentlich kommt der Kritiker nicht. So, die sind bezwungen. Und hier habe ich diese Maler gesehen. Ach, die gehen eigentlich relativ schnell down. Die machen auch nicht schlecht. Aua. Zumindest zu zweit. Aua, wo kommen die denn alle hergekrochen? Fett, ich bin übrigens dafür, dass du auch ein bisschen mehr schaden machst. Und zwar möglichst so, damit die mich nicht tot machen. So, in der Gruppen. Okay, das ist ein Kritiker. Den da kannst du angreifen. Ja, ja, wir arbeiten alle schlampig. Mach dir nichts draus. Okay, den da. Kunst ist kein Verbrechen. Das sagst du. Wow, ich brauche ein bisschen Heilung. Stürbst du bitte? Mein Pet ist gleich tot. Oh. Gegen mein Pet kann man ja was unternehmen. Gegen mich nicht so richtig. Okay, ich brauche noch zwei von diesen Hooligans. Da ist noch einer. Ich muss auch irgendwo noch diese Bilder finden. Da. Ah, okay. Gut. Fett, backt fest. Super. Na, das brauche ich gerade. Oh, schätze, 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 schätze. Okay, Glück gehabt. Die Straßenmaler und Graffiti-Hooligans, die den Bezirk terrorisierten, sind bezwungen. Okay. Ein Clown. Heilen. Hier ist ein Portal. Aber wir waren hier noch nicht, oder? Auf diesem Pergament ist eine Art Poesie niedergeschrieben. Es wimmelt hier nur so von sterblichen Träumen. Doch Träume der anderen kann man suchen. Sollte eine kluge Seele wissen, wo man findet, was übrig bleibt von jenen, die zurückgelassen. Was genau soll ich hier jetzt finden? Was genau soll ich hier jetzt finden? Was genau soll ich denn jetzt hier finden? Also hier soll ich eine abgenutzte Feder? Vielleicht damit. Lauf stage will marketers信 Stromtrocalyptic. Namo, O-Chin-ki-O-Dahn, muss be stopped, or he will terrassleν, or he will devour all life in Grandheim. Kill the fish swimming near the shipwrecks. Eliminating this food source should force him to face us. Neee. Aber vielleicht in diesen Schüsseln oben. Was soll ich jetzt hier finden? Ein einsam Kronleuchter. Ach, hier. Das war ein Kerzenständer, das macht aber nichts. Okay, hier brauche ich nichts, aber hier muss ich noch ein paar Sachen finden. Okay. Gehen wir mal die Sachen finden. Nicht, dass ich da nicht schon mal war. Nein. Das macht gar nichts. Kämpfe mich doch hier gerne noch einmal durch. Tschüss. 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 Vielen Dank.